So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas klein bisschen anderes und Spezielles, nämlich 10 eher unbekanntere Fakten über das Minecraft-Angeln. Die Sache ist natürlich die, man angelt einfach nicht so oft und deswegen gibt es auch vielleicht gewisse Sachen, die man davon nicht weiß und die vielleicht trotz allem nützlich sein können. Man holt sich vielleicht nochmal eine Angel, nutzt die, um ein klein bisschen Fisch zu fangen, ein bisschen zu essen, zu kochen, zu braten, also das Achievement sich zu holen und das war es auch schon. Aber mit Angeln kann man wesentlich mehr machen, als man denkt und was man alles machen kann, das kommt ihr jetzt in dem Video zu sehen. Also 10 eher so ein bisschen unbekanntere Fakten über das Minecraft-Angeln. Natürlich, vieles sollte oder kann der eine oder andere schon wissen, aber ich habe da mal so 10 Dinge rausgesucht, die eventuell dafür interessant sein könnten. Ja, und dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Sache. Dann erstens, wenn ihr angeln solltet, normalerweise ist so die Chance 1 zu 500 Ticks, dass du einen Fisch fängst. Wenn du bei Regen allerdings angelst, ist es 1 zu 300, das heißt, du solltest damit wesentlich mehr Fische fangen oder wesentlich schneller Fische fangen, wenn es gerade regnet, wie als wenn es nicht regnet. Also fast doppelt so schnell sogar, wenn man es mal so sieht. Außerdem ist es effektiver, wenn man es nicht im Schatten macht oder nicht im Dunkeln, sondern entweder halt im Sonnen- oder Mondlicht. Dann ist die Chance auch nochmal größer, dass man etwas fangen sollte. Und ist irgendwie auch logisch, obwohl er, weiß ich gar nicht, ob es im Licht irgendwie Unterschied macht, weil schlafen Fische überhaupt, weil liegen die nachts im Bett und pennen oder im Bett sowieso nicht. Aber die müssen ja trotzdem sozusagen schwimmen, vor allem wenn es ein Fluss ist oder ähnliches. Jedenfalls, man sollte aber bei Regen eher angeln. In Minecraft zumindest ist es so, dass sie da vermehrt beißen. Dann als Punkt Nummer 2. Es gibt drei Kategorien bei den Fischen da, bei den Sachen, die man angeln kann. Es gibt erstens die ganz normalen Fische. Dann gibt es zweitens Schrott, den du ziehen kannst. Es gibt verschiedene Einzelte Schrott ziehen kannst. Und drittens, es gibt Schätze, die du ziehen kannst. Dann die Aufteilung ist natürlich so, dass man zum Großteil Fische kriegt. Denn darum geht es, dass man angelt Fische. Zu 10, also 85 Prozent, zu 10 Prozent angelt man den Schrott und zu 5 Prozent angelt man die Schätze. Die Fische gibt es eben, es sind die vier verschiedenen. Es gibt den rohen Fisch, das nennt sich im Deutsch roher Kabeljau. Also in ganz normalen Minecraft, auf Englisch heißt es halt raw fish. Und in der deutschen Version heißt es roher Kabeljau. Warum auch immer Kabeljau? Ich würde sagen jetzt auch Fisch gesagt. Ansonsten kam auch den rohen Lachs. Dann haben wir den Kugelfisch und wir haben den Clownfisch unter anderem. Bei dem Schrott, was man kriegen kann, die hat 10 Prozent, gibt es entweder Stiefel, Leder, Knochen, Wasserflasche, Schüssel, Haken, verrottetes Fleisch. Seerosenblatt, nee, Seerosenblatt zählt schon zu Schatz, sorry, bin ich ein bisschen weiter gesprungen. Stockfaden, eine beschädigte Angel, zählt auch zu Trödel und 10 Tintenbeutel. Das ist eher so Schrott, Junk, was auch immer man da kriegen kann. Dann zu den Schätzen haben wir folgendes. Wir haben ein Seerosenblatt, was eher selten ist. Dann Namensschild kann man kriegen. Man kann einen Sattel kriegen, man kann einen verzauberten Bogen kriegen, eine verzauberte Angel und ein verzaubertes Buch. Bei den Schätzen ist die Wahrscheinlichkeit, eins von denen zu kriegen, immer gleich groß. Also wenn du einen Schatz kriegst, hast du erst fünfprozentige Chance, dass du einen Schatz kriegst. Und dann hast du nochmal jeweils die gleich große Chance, eins von den Schätzen zu kriegen. Also da ist keins priorisiert. Bei dem Schrott sind die ein oder anderen Sachen priorisiert. Das heißt, verrottetes Fleisch, Haken, Schüssel, Wasserflasche, Knochen, Leder, Stiefel bekommst du öfters. Als jetzt zum Beispiel Stockfaden ist eher ein bisschen seltener. Eine beschädigte Angel ist nochmal seltener. Und ein Tintenbeutel ist gerade nochmal seltener mit 1,2 Prozent gerade mal. Also es fällt fast schon um ein Türchen. Also Tinten, Inksacks kriegst du richtig, richtig seltener. Aber du kannst es kriegen. Es passen, wenn du einfach gerade keine Tintenfische kriegst oder sonst irgendwas. Also nette Möglichkeit. Dann als nächstes. Wir schauen uns mal ein kleines bisschen den Haltbarkeitsverlust bei den Angeln an. Und zwar ist der jeweils unterschiedlich. Wenn du ganz normal hier auswirfst, ein Wasser, angelst, theoretisch einen Fisch fängst oder wieder einziehst. Wenn du jetzt gerade nichts fängst, kann sein, dass auch mal nichts passiert. Dann geht die Haltbarkeit um 1 runter. Eine Angelrute hat eine Haltbarkeit von, achso, bis dran, was sag ich, hab's nochmal an. Problem ist, nur das wird gerade nicht angezeigt, weil die noch neu ist. Von 64 müssen es etwa sein. Das heißt, wenn jetzt der erste Fisch kommt, dann würde sie einen Haltbarkeitspunkt verlieren. Die nächste Sache ist, wenn du die Angel allerdings auf Land wirfst. So, jetzt haben wir eine Haltbarkeit verloren. Wir haben 63, funktioniert 64. Wenn du die Angel auf Land wirfst und die dann hängt, ob ihr rum und einziehst, kann es sein, dass dann weiter ein Haltbarkeit runter geht. Und dann ist es meistens so, dass gleich zwei Haltbarkeit abgezogen wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es manchmal geht, manchmal nicht geht. Vielleicht backt das Ding einfach manchmal zu blöd rum. Jetzt hat es funktioniert. Wir haben von 63 auf 61 Haltbarkeit immer runtergesprungen. Das heißt, wir haben zwei verbraucht. Und dann als nächstes, wenn man eine Entity hakt mit der Angel, du kannst ja auch Kühe ziehen, ähnliches, dann verliert die Angel gleich drei Haltbarkeit auf einmal, beziehungsweise hier sogar fünf. Das finde ich interessant, weil eigentlich sollten es nur drei sein. Es kann sein, dass es ein bisschen rumgebackt hat, weil ich vorher ein paar Mal auf Land geworfen habe und einmal ist nichts passiert, dass der Count nicht aktualisiert wurde. Aber Achtung, von 56 auf 51. Okay, wurde geändert. Ich habe mich ein bisschen informiert, ein bisschen umgehört. Da waren es drei, anscheinend wurde es geändert. Es sind mittlerweile aktuell fünf. Interessant. Okay, das finde ich ein bisschen viel, aber okay. Gut. Dann als nächstes, übrigens als Punkt Nummer 4, wenn wir etwas geangelt haben, sozusagen wie die Kuh jetzt hier, zack, und jetzt würden wir die einziehen und wir würden fünf Haltbarkeit verlieren. Mal angenommen, wir haben eine Seltene oder eine Angel, die viel Verzauberung hat, was weiß ich, und die hat nur noch eine Haltbarkeit. Das heißt, die würde theoretisch zerbrechen. Dann können wir die Angel einfach aus dem Metall-Pack Kuh rausdroppen und wieder einsammeln. Und dann haben wir beispielsweise die Haltbarkeit behalten können. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wechselt, einmal nach drüben, ob dann die Haltbarkeit trotzdem abgezogen wird. Im Moment sieht es nicht so aus. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man lässt sie einfach fallen. Und damit kann man das Schadenbekommen abbrechen. Gut, dann noch eine weitere Sache, die eventuell interessant sein könnte. Und zwar geht es darum, wie Angeln generell gehandelt werden und Verzauberungen, also Enchantments. Wir haben verschiedene Enchantments, die gucken wir uns nachher nochmal an und was genau die machen, welche Chancen sie verringern oder erhöhen. Und ich würde einfach mal ganz kurz hier als Beispiel so ein Lure-Dings nehmen und eine weitere Fishing-Rot. Und die mal ganz kurz verzaubern. Und da haben wir jetzt auch noch folgende Sache. Also Lure ist halt dafür, dass du schneller Fische anlockst und so, und so fort, kommen noch zu. Aber beispielsweise du lockst mit dieser Angel hier die Fische an. Und, also es sollte halt schneller gehen. Und wechselst dann im Anschluss, wenn ein Fisch jetzt gleich kommt, zu der anderen Angel-Route. Also einmal so rüber. Dann hast du zwar mit dem Lure-Effekt diesen Fisch angelockt, du ziehst ihn aber mit dieser anderen Angel raus dann. Zack. Und das heißt, die Haltbarkeit geht von anderen Angel ab. Beispielsweise, du hast eine Lure-Angel und eine Glücksangel sozusagen. Dann würde ich mit der Lure-Angel angeln und mit der Glücksangel oder aber dann auf die Glücksangel wechseln und rausziehen, weil da hast du ja die Chance, dass du, also es gilt immer die Verzauberung oder die Angel gilt dem Moment, wenn du, ähm, den Fisch wirklich ziehst. Aber dieses Lure-Enchantment geht schon früher, denn der Fisch muss erstmal angelockt werden. Und wenn man dann wechselt, dann wird die Haltbarkeit von anderen Route abgezogen, obwohl du, ähm, ja, damit eigentlich angelst. Also ich denke mal, ihr versteht, was damit gemeint ist. Finde ich sehr, sehr cool, dass man das so ein bisschen ausnutzen kann. Aber ich glaube, das hat auch programmiertechnische Hintergründe. Man kann irgendwie schlecht dann prüfen, weil wenn der Fisch angelockt wurde, dann kann man halt zu anderen Angel wechseln. Dann ist er halt angelockt. Ich denke mal, das kann man auch nicht ausgleichen. Das wird für immer so sein. Also das kann man nicht mehr ändern, weil man halt kann ja jederzeit ein Inventar wechseln. Und ansonsten wäre es halt komisch. Gut, dann nächste Sache auf meiner Liste. Und zwar, übrigens ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr angelt, dass es eigentlich recht selten ist, dass hier die Angel und der Faden richtig passen überhaupt. Der Faden ist irgendwie viel, viel weiter als die Angel entfernt. Das kann man ändern in Optionen mit den FOV. Und wenn man so ein kleines bisschen Raum rauszoomt, so bei 90, dann stimmt das mit der Angel. Guck mal hier. Jetzt stimmt der Faden mit der Spitze der Angel überein. Wenn man aber in Optionen die FOV nochmal höher stellt, dann ist sie davor. Oder wenn man in Optionen das runterstellt, dann ist der Faden ganz woanders. Guck dir das an. Der Faden ist komplett weg. Aber auf 90 ist es so eingestellt, dass man praktisch die Ansicht richtig hat. Ich als Spieler spiele halt immer auf normal. Wo habe ich immer? Ich habe auf 70 auf normal. Das fühlt sich für mich am natürlichsten an, weil ich immer so spiele. Und da ist es so, dass die Angel, der Faden ja recht weit oben daneben ist. Das ist, äh... Hallo Fisch. Das ist, äh, ja, passiert halt, ne? Und so. Gut. Dann, ähm, eine Sache, die immer wieder unterschätzt wird und ist folgende. Und zwar, man kann mit der Angel, ähm, auch vor Zauberer der Bücher angeln. Das war klar. Aber man kann auch seltene Verzauberungen angeln, die es sonst nur in Dungeons gibt. Das sind die neuen Mending und Frostwalker Enchantments. Mending ist immer gerne gesehen und schwer zu bekommen. Und, äh, wir können uns das erangeln mit der Angel. Äh, generell sind noch andere Sachen mit drauf. Aber du kannst einfach Rüstung, Werkzeug, was auch immer ziehen. Und er ist halt immer wieder den Mending-Effekt. Damit reparieren sich Werkzeuge, Waffen und so weiter. Rüstung von alleine. Und, äh, ja, die andere Methode ist halt noch ein Wildscher-Handeln. Aber das ist halt auch wieder aufwendiger. Wenn du ganz am Anfang bist und Mending haben möchtest, einfach angeln. Und dann, äh, ja, kriegst du dein Mending-Buch raus. Kannst die rausziehen und dann läuft das. Okay. Als nächstes auf der Liste schauen wir uns die Enchantments an. Was die jetzt genau eigentlich überhaupt verbessern. Das Luck of the Sea Enchantment war Punkt Nummer 8. Und das Lore Enchantment war Punkt Nummer 9, was ich mir aufgeschrieben habe. Das Lore Enchantment generell verkürzt mit jeder Stufe einfach nur die Zeit. Die durchschnittliche Wartezeit, bis ein Fisch anbeißt. Und das Luck of the Sea Buch, das ist auch wieder ein bisschen komplexer mit prozentualen Aufteilungen, ähm, erhöht die Chance, einen Schatz zu finden. Also Glück des Meeres sozusagen. Und zwar in etwa nach folgendem Maße. Man, äh, die Chance, dass ein Schatz gefunden wird, erhöht sich pro Stufe von der NF-Verzauberung um 2%. Verringert die Chance, Fisch zu bekommen um 0,1% Punkte. Und, äh, das Junk gefunden wird, wird ebenfalls reduziert. Was genau jetzt ist, äh, habe ich jetzt hier nicht rausgefunden. Aber generell reduziert es die Chancen auf Fisch und Junk und erhöht die Chancen auf Schätze und das finde ich, äh, extrem geil. Die übelste OP, äh, Angel wäre dementsprechend, äh, Lure 3, Luck of the Sea 3 und Mending am besten noch. Denn, wenn eine Angel Mending drauf hat, ist sie praktisch unzerbrechbar. Das ist eigentlich ganz geiles. Okay. Und dann als zehnten und letzten Punkt auf meiner Liste folgendes. Man kann da den Fischfang, äh, erhöhen oder die Chance auf Schätze beim Fischfang erhöhen. Neben den Enchantments noch mithilfe des Glückseffekts aus der 1.9. Mit, äh, Slash, äh, Effekt, Swaggafenix, Minecraft, äh, Luck. Und dann können wir es mal 400 Sekunden 100 geben. Dann kann ich euch garantieren, wir werden jetzt sofort einen Schatz finden. Also wenn ihr jetzt gleich einen Fisch anbeißt, das wird auf jeden Fall ein Schatz. Treasure, irgendwas aus dem Treasure-Bereich. Denn, äh, der Luck-Effekt generell, ich hab noch Stufe 100, der boostet das nochmal extrem. So, zack, Name-Tag. Also die Chance, dass du eins von denen, dass du einen Schatz findest und dann, äh, beim Schatz halt Buch oder Verzauberungs, äh, Quatsch, verzauberter Angel, verzauberter Bogen oder Buch, ist jeweils immer, äh, gleich hoch. Also könnten wir jetzt wieder theoretisch, zack, verzaubertes Buch kriegen. Und, äh, vielleicht haben wir sogar Mending, ne, haben wir nicht. Wir haben Depth, Trader und Fortune 2 draufgekriegt. Ich könnte witzigerweise jetzt nur einmal machen, es wird wieder ein Schatz werden. Einfach weil wir den, äh, äh, Glückseffekt haben. Und der ändert eben bei den Loot-Tables was, so wie es aussieht, dass du mehr rauskriegst. Komm schon, einen angeln wir noch. Und, äh, ich kann euch garantieren, es wird auch wieder ein Schatz, ein Treasure. Oder wir haben halt richtig Pech und einen angelnden Fisch, das kann auch sein. Aber es sollte wieder ein Treasure sein. Jetzt zwei Treasures in Folge gezogen, das ist generell schon sehr unwahrscheinlich. Und vielleicht startet da, startet noch ein Fisch. Zack, und wieder ein Aim-Tag. Also, Treasure-Bereich, kein Ding. Gut, dann, meine Freunde, wäre es das gewesen von den zehn eher unbekannten Fakten über das Minecraft-Angeln. Ich hoffe mal, ihr habt etwas dazugelernt und, äh, fand das Video hilfreich. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, lass krachen. Und nochmal ein Schatz. Und, äh, tschüss. Tschüss.